Ihr Tempo und Nature sehr floaty, aber wird wahrscheinlich nicht schnell genug an Steve rankommen. Jetzt ist die Frage, wie interagieren die beiden? Wie interagiert Fair mit dem Minecart? Wie interagiert der Camp von Steve mit den Turnips? Und ich meine, wir sehen auch gerade Robin, wartet nicht ab, Schild ist direkt low und er will end Overrun. Also Robin wird keine Turnips verschwenden, zu warten, Turnips zu packen oder so, er wird reingehen. Und das muss man im Endeffekt auch machen gegen Steve. Beide genau gleich viele Prozente. Du hast zwei Unterschiede, aber wow. Sehr schnell kann es gehen. Das Komprogramm von beiden ist gestört. Ja, das ist auch wie mein. Und ist jetzt die Frage, sollte Robin jetzt ein Bob umziehen? Das durchaus passieren kann. Oder ein Saturn. Oder ein Saturn. Oder ein Saturn. So, wie interagiert das mit Steves Zeug? Na gut, Saturn, klar, wird geblockt von den Blöcken. Aber eine Bombe, muss doch sein ganzes Haus sprengen. Das ist wohl wahr. Das ist ja das nächste, was du an dem Kühlfall hier hast. Das ist ja eigentlich der Naturfall. Oh, Diamonds, okay. Gerade die Diamant. Okay, das ist... Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber es sah sehr lustig aus. Nein, nein, das war nicht geplant, aber wir nehmen diese. Es sah sehr lustig aus. War halt der Weakid-Maker vor allem, dass wir da niemals gespaced haben. Ich wusste ja, dass das am Heulschot ausfällt. Oh, die fährt da ganz knapp daneben. Und er hat da wahrscheinlich erst ein bisschen weiter zurückgedrückt, weil er wahrscheinlich Angst hatte, doch noch in den Up-Smash reingezogen zu werden. Ja, falsche Blöcke. Hat auch schon, ne? Redstone. Gerade zwei. Also ein paar Dessourcen fehlt ihm auf jeden Fall nicht. Was du auf jeden Fall in der Workshop wissen musst, ist, wie kommst du um diese Blöcke herum. Ja. Was du dein Bestes am Besten hast, ist es häufig den untersten Block einfach kaputt zu machen, weil du dann durchlaufen kannst. Genau. Ich mag es auch eben, dass er seinen Carving-Cabry bestätigt hat, weil der war ein bisschen blöden Spot da oben rechts. Also Farmen wird er können, aber Bauen eher weniger. Wunderbar. Schön. Also das sind so die zwei großen Sachen. Was machst du gegen die Blöcke? Was machst du gegen Minecraft? Und was ich mich gerade gefragt habe tatsächlich ist, wie das mit dem Diamant ist, wenn man den zweiten kriegt, ob der sich stackt und das ist offensichtlich so, weil er hat sich gerade gecraftet und hat noch einen Diamanten im Petto sozusagen. Genau. Also der wird sehr lange relevant bleiben, der Steve, in diesem Match zumindest. Also, ne? Glück auf bei ihm. So oder später zieht man es. Gold ist jetzt eher weniger relevant, wird es auch nicht wirklich zu monetisiert beim Bauen. Wobei, hier hat er jetzt was für Gold gemacht, wahrscheinlich. Hab ich es noch nie mal gesehen, weil er mit der Pickhackskarte. Das Minecraft ist halt, wenn du Gold hast, das Minecraft halt so schnell. Oh. Und diese Boosted-Minecraft ist sehr stark. Oh ja. Aber was Robin macht ist, ich finde das wichtig, weil es kommt wahrscheinlich aus dem Matchup an, wie du gegen Steves Mining spielst. Einige Charaktere können ihn da vielleicht dran hindern, Diamanten zu kriegen, aber Peach ist nicht schnell genug. Also Steve wird früher oder später genug minen können, um den Diamanten zu kriegen und Robin ignoriert das einfach und lässt sich dann halt nicht dumm treffen beim Reinrennen. Ich mochte es auch, wie Robin vorher wirklich hartmitte. Er hat gesehen, dass Steve gar keine Ressourcen hat. Er hatte vielleicht nur so zwei Steine. Der konnte nicht mehr campen, das heißt, es war sehr viel Back-and-Fort, dennoch hat Antle sich dann noch ein bisschen ausfinden können und jetzt, oh, wunderschönes Spot-Achert. Ah, das wird wehtun. Ah, Diamantabdruck. Oh, er hat die Combo gedroppt. Ich hab schon irgendwas gesehen mit Up-Air, Block-Born und so weiter. Was ja, normalerweise schafft er das. Aber ja, Diamond geht hier kaputt, muss also neu craften. Ah, miss, miss. Kannst du aber mal craften, kein Problem. Und er hat noch einen. Er geht nicht weg. Der Diamant geht nicht weg. Er hat immer einen. Das ist ein guter Seed. Und er hat schon wieder eingeladen. Ja, guter Seed, sehr guter Seed ist das. Also, wirklich. Der, 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 das Rest des Matches werden wir auf jeden Fall mit Diamant-Tools-Death erleben. Wann sagen, so any for cent, Alter. Ich wollte schon sagen, er hat jetzt Minecraft-Dieser benutzt. Minecraft hat auch das Einzige, was Peach auch wirklich besiegt mit der Seite. Ich hatte das Stitch gerade erwähnt, ja. Juckt ihn aber nicht. Das war eine der wildesten Optionen, die ich gesehen habe. Der Mann hat einfach... Au, oh mein Gott. Das ist eigentlich mein Wi-Fi-Special. Empty Land F-Smash. Er hat es einfach durchgezogen. Ich wollte nur sagen, das ist der kleine Bruder von Run-Up-F-Smash, den wir aus Japan kennen. Die Diamond-Banker kann es natürlich nie schief-grabben. Das ist auch so weh. Vor allem, Geneth, jetzt alles, was mit den Diamond-Grabbers kommt. Schild wird Wein, Robin wird Wein, nachdem er die Kompon kassiert. Und ja, die Prozente gehen halt eben hoch. Aktuell aber, Robin, in Schacken. Sehr schön, mit dem Match-Grabber. Der spielt sehr gut um das Kart rum. Das macht viel echt Probleme. Das hat auch Geschirrpunkt, der hätte auch... Schön mit dem Steil noch gebaut, ist ein gutes Mixer mit dem Block. Ist nicht genug, aber auch nicht zugekriegt. Ist halt so speziell, der Rechner natürlich auch... Oh, mein Gott. Du hast es noch erwähnt, er hat in einem Match-Bombe unter Turm bekommen. Natürlich, ey. Und Stitch-Base, also alle zwei. Er hat wirklich... Holy Trinity bekommen, das an den Brechner schon nicht zu übertreffen eigentlich. Er ist halt Exodia, also eigentlich muss er sich jetzt gut gewinnen, ne? Setz-Pro-Sat-Win. Aber ja, ich mein, gutes Game-Minds von Robin natürlich, aber das ist halt... Oh? Ja. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was mit dem Killsqueen los ist. Das ist ja gar kein Bob mehr. Irgendwie heute gar nicht so. Also, I mean, Back-Air von Peach ist halt... ...nowhere, no way, dass das gleich ist. Da hätte ich sagen können, müssen so eine Milliarde Prozent killen. Ähm, das Spiel offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, normalerweise so bei jedem kleinen Shit so. Selbst wenn da irgendwie so ein Block dazwischen ist. Ganz lustig sind ja auch die, die On-Stage-Spikes, aber das Spiel erwartet irgendwie, dass der Gegner Off-Stage die Eile und deswegen stirbt. I don't know, also... Ja. Sehr komisch auf jeden Fall. Aber, na gut. Ich glaub, das Game wusste auch schon, es ist eigentlich egal, was jetzt gezeigt wird. Robin hat schon gewonnen, nachdem er diese Holy Trinity gezogen hat. Ja, ich glaub, Exorio hat das Game doch gebraucht. Der hätte da auch gar kein Prozent geschluckt, ne? FD. FD gegen Robin? Das Ding ist, bei Steve, da kann ich nur zu sagen, ist, die Materialien sind ja auch anders auf den Stages. Ja, ja. Smash wird ja auch Dirtville genannt, weil du da halt keine guten Materials kriegst. Ähm... Tauen da wahrscheinlich auch, ne? Ich kann da nichts zu sagen. Ja, der Stil ist sehr, sehr exotisch. Äh, deswegen... FD, da wird wohl, ähm... Stein, Eisen. ...Materialien geben. Und... FD-Account-Tabrik, der Endermann. Der Endermann. Den solltest du nicht angucken in der Nacht. Ja, ja. Ja, unfair, aber der tanzt sich doch nicht. Das ist zu erkrankt. Ja, direkt Erde drauf, findet Erde, findet Stein auch direkt und hat schon Eisen. Also, ne? Bisher ein guter Start, ne? Was das Fahrmann gibt. Und drüber springt man die Blockers natürlich auch ein Mixer ab. Das ist generell nicht unbedingt die Go-To-Option, weil der Steve rechnet natürlich damit, weil deine Approach-Options so limitiert sind. Ähm... Aber ja, kann man mal machen. Vor allem, wenn man nen... Wenn man nen Float hat. Ja. Wo du selber noch 4 Milliarden Land im Einsatz hast. Ja, lustig. Obwohl wir schon beim Approach waren. Bisher spielt Robin das Midrange wunderbar runter. Hat auch jetzt... Ich sag mal nur... 47% auf dem Deck. Yes. Aber kriegt immer den ersten Hit-off-Ending. Jetzt gerade auch so, ne? Interaktion. Robin panikt nicht. Findet die Down-Air. Und, äh, ja. Puscht jetzt weiterhin auf. Midrange ist doch so die größte Schwäche von Steve, meiner Meinung nach. Einfach weil seine... Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Nicer 2-Philm, by the way. Ja, so Hill-Boxen sind wie auch schnell, Nathan. Aber alle seine Moves sehen halt irgendwie gleich aus. Genau das ist seine Schwäche so. Äh, die sind irgendwie... Gut, er hat hier seine Down-Air, ne? Schöner Burst so. Aber ist nicht groß anders als ein Fun. Nun geht er zu Pac-Man. Der schlägt halt nur kurz bisschen nach vorne. Und das war's auch schon. So, der hat nix, was irgendwie, äh... Genau das besiegt, was Robin mit ihm vorhat. Oh mein. Ja, ich glaub, er ist tot. Ähm... Ich kann's nachvollziehen, warum er nicht viel gemasht hat. Ja. Der Enter hat natürlich auch gegeiert mit der Fair danach. Oh ja. Ähm... Aber ein bisschen zu spät gemascht. Wobei. Das war leider ein Early-Kill. Den, ähm... Hätte er sich wahrscheinlich übersparen wollen. Aber... Ist er wie es ist? Okay. Das ist... Irgendwie hab ich grad schon gesehen. Er baut so zwei Blöcke und dann kann er die Abi darauf Ledge canceln. Äh... Sehr wild. Ja, macht's halt einfach so. Sehr wild. Also die... Die Bag of Tricks von, ähm... Enderman ist wie bei Harry Potter, kennst das? Ja, normal. Wenn du diese Bag greifst, sie aber unendlich groß ist. Und genau so wusste es bei Steve auch. Ja, ja. Es wird gefühlt, jede Sekunde kann was kommen, was du noch nie gesehen hast. Oh, nein. Und das macht's halt so schwierig dagegen zu spielen. So. Ich mein, bisher... Robin 50 zu 0, Overwhelm zu können. Das ist jetzt, äh... Nicht so ein krasser Leadfin, aber er hat halt Sage Control. Das ist halt so das A und O auch gegen Steve. Weil wie will er da rauskommt? Er hat keine Burst Option nach vorne. Der muss sich bewegen. Da muss was bauen. Und, äh... Jetzt... Oh! Oh! Jetzt wieder den Knoppy dabei, der mit, äh... Mit Holz, der abkommt, ist ja nicht so stark. Okay. Da wird wieder fresh on, schiert und ab. Das ist halt einer wegen Burst Option. Aber halt auch nur in andere Richtung nach unten. Das reicht aber perfekt aus. Schön gesetzt. Da ist der letzte... Ja, ey, das sieht so weird aus! Ähm... Geht ja weiter. Ewig. Wie exzellent natürlich dadurch, ja. Schönes Mid-Range-Poken wieder mit der Back-Air. Range-technisch, äh... Steht Feach da. Steve auf jeden Fall nichts nach. Oh, wei. Und dann absmash. Startup. Aber ja, und auch hier wieder, ne? Engage von Robin. Ganz langsam, aber sicher. Steine gehen weg. Ein großer Unterschied im Spiel ist, er hat nicht so viele Diamanten wie vorher. Nehm. Ich weiß nicht, ob es an der Station oder aber einfach weniger zu meinen kommt. Was muss ich sagen? Das sieht zack. Da ist er. Da ist er. Wow, okay. Ey, zu spät, zu spät aber. Wetter. Er hätte den Turnip in der Dash deckt kommen, und ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar den Float Fair rauskriegen könnte. Oh, mein Gott. Oh, schon erwähnt. Und deswegen ist das risky. Ist das risky, über die Blöcke zu springen, weil der erwartet was natürlich. Ja, aber ich hab schon nicht erwartet, wie der Crafting Table respawn ist, weil der stand ja vorher noch in der Mitte. Wow. Und das ist Last Last Hit. Ja, okay. Ja, da ist der Setup. Das war South Spot. Und der Booty killt. Der Booty killt. Der Booty killt nicht. Aber weißt du, da Flashes, weißt du? Jetzt war's auch. Wichtig. Und das ist, das ist ja... Boah! Also ich hätte selber nicht gewusst, wenn du da in dieses Minecart reinbackerst, ist es ja fast... Du hoffst, du praist ja einfach, dass deine Backer gewinnt. Es muss auch schon tight sein, ne? Es ist ja, ich mein, es ist ja ein bisschen disjoint, ne, ja, mit dem Herzen so. Aber ich glaub, genau das ist das, was Robin auch grad das Match gewinnt. Ich mein, so viel Fair wieder benutzt, ey, das ist ja selbst für ihn untypisch. Ja. Wow, ey. Also, auch hier wieder, sehr, sehr wichtiger 2-0-Lead. Und, äh, bringt Ente da vielleicht noch ein bisschen ins Denken, so, wir gehen tatsächlich auf Town City, also, ob's jetzt Dirtville ist oder nicht, finden wir gleich daraus. Ja. Äh, ja, natürlich heute hier von Robin, kein Knot zu switchen, ist ja der Gewinner hier. Und, äh, Ente hat Secondaries. Ich glaub... Geht auf Aegis vielleicht wegen Town? Ich glaub, das ist Quatsch. Also, ich will nichts coachen, aber ich glaub, der wird den, die, äh, die Aegis smoken. Ähm, die spielt ja, ich will die selber ein bisschen, bin ich mir sicher, aber ich glaub, mit Steve lief's eigentlich, erstes Game war knapp, zweites Game war sehr, sehr knapp. Ja, überleg's das, was ist ein Doktor Martin? Und, äh, ich bin allgemein kein Fan davon, wenn du dir nicht sicher bist, welchen Charakter du spielst, hast du schon immer verloren im Set meistens. Weil, O-Tech, bei dem war's zumindest so, er hat Jedi gepickt. Er hat eine? Er hat eine, ja. Er spielt alle ätzende Chars in dem Spiel. Da kann man auch ganz ausgehen. Der Chars ätzende ist, ich spiel auch Banjo und sonst was. Ich spiel auch Banjo und sonst was. Das wird die Town erklären, aber, okay. Das ist vielleicht, das ist vielleicht dann nicht der dümmste Counterpick, aber, äh, ich bin oft, denke ich, wenn man zweifelt schon im Set an dem Charakter, ist das meistens nicht gut. Andererseits bei O-Tech, der wusste ja zu, der wusste ja, ich hab einen Secondary und den könnte ich benutzen. Er hatte zumindest den Plan. Jetzt hat die Frage, letztes Turnier, äh, was war? Armour Fresh in the Tension, ne? Da hat Robin gegen Rino gespielt. Rino hat, äh, nahezu auf Mimben gebetfaultet. Ich glaube auch sogar durchgezogen. Robin auch noch relativ knapp, aber geholt. Ist jetzt das Ding. Wie weit ist Ente auf Rinos Niveau? Klar, spielerisch, äh, kommt gut hin. Aber rein mechanisch? I don't know. So, ich weiß nicht, so viel Mimben spielt er nicht. Alter, der Mann hat wohl einfach gegrindet. Der wird schon... Ja, er wird schon sein Zeug wissen, stimmt. Das glaub ich auch. Ähm, und wie gesagt, er spielt, äh, die Chasten, das der Kill. Ja, das war's. Und die Chasten, ganz gleich ein Schnupsel, du glaubst, ich hab's gesehen. Ähm, äh, die Chasten, der spielt jetzt ja alle ähnlich, jetzt Min Min weghalten, Banjo, auch ja, Stuff auf dich werfen, weglaufen. so, äh, steve-frau bin ich mal drehen, ein bisschen ranzig so, und, äh, gut, dann haben wir halt Pirate mitfahren. Passt gar nicht in deinen Spot irgendwie. Irgendwie schon, er ist halt DLC, ne? Neue Wave, so. Stimmt, er spielt DLC-Pack 2, das hatte ich vergessen. Ja, ja, ja. Da kommen wir aber gut hin. Aber, ja, bisher so, gut, relativ okay Spot hier für Ente, ist halt natürlich ne Counter-Pack-Stage, Robin muss sehr viel arbeiten, da reinzukommen, auf ganz anderes Tempo. Diese FT-Sektion ist ganz unangenehm, weil, sonst kann er auf Town-Bee so auf die Plattform benutzen. Das ist ein sehr wichtiger Stock, der 60-Pack-Stage kriegt. Ähm, Oh, aber alles aus einem Loop bekommen. Die Shield-Pressure ist so huge. Imagine, du kriegst mit Peach in Reverse, dann ist es egal, auf welcher Stage du bist. Der hat ja nicht mal ne Grounded-Kombo gemacht, der hat einfach von links all the way nach rechts mit Fears, there's, und dann hast du die Side-Bee. Vor allem die, äh, schon wieder einen Satz-Wunde, es ist wirklich nicht zu glauben. Hier fehlen noch zwei. Vor allem die, die Pressure on Mimmon's Shield. Oh, wo wir dabei waren. Ich bin sehr gespannt und gesehen. Jo. Ah! Nicht viel. Aber war noch so, war nicht ganz bei Null, das heißt, er konnte nicht diese Kranke-Kombo machen. Naja. Äh, und fehlt keinen, jetzt recht nicht. Ja, und auf einmal sieht es schwierig aus Fanta, ne? Kaum ist er behind, muss er jetzt, äh, gucken, ne? Spielt den Charakter oft genug, aber nicht so oft in diesem Environment. Wurde jetzt als Chief, äh, naja, erwartet. Und jetzt ist es schwierig. Schöne Fair. Hat er noch einen Jump? Ja, aber das wird schwierig. Ich hoffe, das ist für mich. Schaff's gerade so noch. Das ist ein Punish. Hup, hup. Sehr patient. Sehr patient, glaube gerade. Ja. Schild tankt das in den Flavus noch durch. Schöne Beckerl auf Schild. Schöne Handlischt. Ja, und die Kugel, Alter. Versuch's mit der Kugel zu finden, aber, auch hier. Große Stage. Wirklich war noch nicht so fängig. Ja. Ah, das, das sieht übel aus. Ah, sehr schwierig. Aber es ist Min-Min. Kann jetzt zurückkommen. Gibt es wohl über einen Back-to-F-Smash entfernt? Ja, hat den RamRam auch online. Oh, okay. Ich hab sie noch. Jump da schön, raus aus dem Tilt. Ah, und das hurts. Das geht nicht ganz. Ey, ich weiß nicht. Heute ist es recht kaputt so. Und jetzt ist er aber tot, weil der Turn-Up ist eigentlich guaranteed gewesen. Oh, das ist leider nicht klein. Sehr selten. Passiert sehr selten. Und fragt wirklich, ob ihm das kosten wird oder nicht. Hat aber noch einen sehr souverären. Okay. Hier für ein Cross. Hier, Power-Up. Au. Und das könnte es... Oh, gute High-Recovery. Schön gesehen. Gute High-Recovery. Das war scary. Das war scary. Okay, also... Wurde am Ende noch tight, aber ich glaube, selbst wenn InterVisius gewonnen hätte, Robin hätte sehr viel Kontrolle im ganzen Set gehabt, sodass es ein bisschen schwer gewesen wäre, da noch zurückzukommen. Ja. Also, ja, ein Favorit for a reason, gell? Ja, ja, ja. Die ersten beiden Seeds schwächeln nicht, kann man auf jeden Fall sagen. Nee, so gar nicht. Schwächeln gar nicht. Bisher sehr souverän. Beides auch 3-0s, ne? Von Samu und Robin zugleich. Ja klar. Aus dem Norden noch beide, ne? Mhm. Aber... Witzig, Robin. Keine Reverse-Sweeps, zumindest jetzt.